Wie heißt das? Wie fühlst du dich wohl da? Nicht wirklich. Nicht bei dem Klasse, der da. Ja, warte mal. Warte mal. Das ist mein stimmfreier Bruder. Noch mehr Männer, oder? Ich würde kurz sagen, heute Morgen. Aber ich hab tatsächlich die nächste Woche Urlaub. Hm? Ich hab tatsächlich die nächste Woche Urlaub. Jetzt die Woche, oder die nächste Woche? Die war's jetzt Montag. Morgen, also morgen. Tatsächlich? Ja, dann schreib ich mal morgen. Dann komm ich zumindest mit einem Kaffee vorbei, oder was? Tatsächlich? Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ja, meine große Doktor ist der Helm. Noch nicht. Aber ich hab halb Monat. Ah, das ist ein Freifahrer. Es muss nicht so werden. Ich bin hier. 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 Das ist frei. Ich bin hier. Das ist frei. Wir alle kommen hin. Vielen Dank, liebe Helfer von der Feuerwehr. Auch vielen Dank an die beiden Pferde, die unseren Schneemann hergebracht haben. Mit ihrem Kutscher, Herrn Herrmann. Wenn ich nicht schreibe, blut man sich jetzt schon wieder, dann hab ich's vergessen. Aber ich darf nicht, dass ich vergesse. Ich sag's jetzt gerade für euch. Es ist schon so weit. Toll, der ist schon mal. Du bist hier. Hey. Ehrlich gesagt. Ich kann nicht mal. Ich kann nicht mal.